Zurück! 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 Es geht nicht! Jetzt solltet ihr langsam aber rausfahren. Es geht nicht! Lenken! 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 Was macht ihr denn da? Panik schieben. Was sonst? Was macht ihr denn? Ihr müsst aber auch lenken. Das geht nicht! Warte! In die Richtung! Und dann wird das Boot plötzlich schneller. Es kommt auf Kollisionskurs.